Neuer Shop kommt jetzt hier in ganz genau 3 Sekunden, heute wird der Shop, ich glaube sehr besonders werden, checken wir das ganze mal ab, wie gewohnt gerne liken, abonnieren, nicht vergessen, Shop aktualisier dich bitte, wir gehen ganz nach oben, wir haben heute 2 Gratis-Items für alle im Shop, ich glaubte es heute nicht, dass Gratis-Bunnel, Skin-Bunnel im Shop drin ist, weil ich glaube, das ist eher gesagt für morgen gedacht, also laut den Leaks soll es ja heute sein, aber wenn die Leaker sagen heute, dann ist es für uns immer einen Tag später, also geht mal davon aus, ich hab ja gestern ein Gratis-Skin-Bunnel-Video hochgeladen, dass es für morgen ist, Zufall mit diesem Merry-Gold-Skin-Stil, hmm, hmm, passt sehr sehr gut zusammen, ey, das ist ein Gratis-Backpack, kann sich jeder von euch Gratis abschauen, find ich cool, sehr nice, und Gratis-Mode, haben wir ja gestern uns alles im Update-Video angeschaut, sehr nice, also 2 Gratis-Items für alle, mal wieder, im Shop, find ich cool, hmm, wer von euch hat eigentlich das FNCS-Backpack bekommen, und wer hat es nicht bekommen, ich hab viel gelesen, ey, ich hab's nicht bekommen, wieso hab ich's nicht bekommen, ich hab extra über 1 Stunde FNCS-Legends-Landing geschaut, damit ich das Ganze auch mir freischalten kann, einzelnen Kaufer gibt es die Skins auch, ja, nicht viel zu sagen zu den Skins, sind solide Skins, kann man mitnehmen, vielleicht ist aber das Gratis-Bunnel im Shop, ich bin echt gespannt, weil laut den Leakern soll das, das wird auf jeden Fall gratis werden, falls ihr nicht wisst, was ich, oder über was ich rede, einfach das letzte YouTube-Video abchecken, zum Gratis-Skin-Bunnel, Fish-Skin ist cool, und gleich da sehr sehr nice, sehr nice, coole Musik, Spitzhacke, auch richtig wild, dann einmal das Emote, ich glaub, Marygold ist heute auch im Shop, laut den Leakern sollte es heute im Shop sein, ähm, Musik, okay, skippen wir, Lackierung finde ich Trash, finde ich Trash, finde ich Trash, 1 an kaufbar, 1, 2, 500, 400, 200, 800, 300, 300, 300, nichts mehr, nächster Bereich ist auch somit der vorletzte Bereich für heute, ähm, ja, eine Million mal schon da gewesen, nichts krasses, kann ich spoilern, irgendwas Seltenes oder vielleicht irgendwie doch Gratis-Skin-Bunnel im Shop, aber ich glaub, das passt irgendwie heute nicht zusammen mit dem Gratis-Skin-Bunnel, weil wir haben heute schon Gratis-Items im Shop, äh, wie ich sehen kann, das Gratis-Skin-Bunnel ist nicht da, dann geht davon aus, dass es morgen reinkommt, sobald ich nochmal genauere Infos habe, dann gibt es von mir das passende Video, denkt daran, das sind immer Leaks, Epic Games kann das Ganze immer verschieben, Spitzack ist wild, dann einmal die Lackierung, die wäre noch wilder, wenn es über die komplette Waffe gehen würde, ja, 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 ist ein lustiger Skin, heute gibt es übrigens nichts Seltenes, brauchen wir aber auch nicht, weil heute, heute kracht es eben schon mit den seltenen, seltenen, mit den Gratis-Items, natürlich gerne selten kommentieren, falls ihr bisher geguckt habt, Schneebesen, ja, eine 10 von 10, sehr schmackhafter, nicht Skin, äh, Spitzsacke, man, also ich bleibe ja schon wieder komplett hängen, uh, Sternenshop, Spitzsacke wieder back, sehr geile Spitzsacke, Skin, ähm, ja, ja, kann man mitnehmen, die ist auch nicht schlecht, also ich finde, das Backpack ist ein Highlight, übrigens, wer das FNCS-Backpack hat und Kills macht, eure Kills werden einfach da angezeigt, habe ich gar nicht gewusst, sehr, sehr cool, haben wir gestern im Stream herausgefunden, Backpack finde ich sehr wild, Sternstab ist krass, ja, sehr schmackhaft, dann gibt es einmal hier die Lackierung, die ist auch einigermaßen in Ordnung, Emote sehr wild, ja, sehr, sehr wild, dann einmal hier zum Ritter geschlagen, das war vor kurzem da gewesen, gibt es noch irgendwie Neuigkeiten, bevor wir hier das Shop-Video beenden, Nö, keine Neuigkeiten, das Beste vom Shop sind ganz ehrlich die Gratis-Items und laut den Leakern soll Mary Gold wieder zurück sein, also wenn sie zurück ist, ist sie ganz unten, aber die wird mir nicht angezeigt, stimmt, die wird mir nicht angezeigt, aber laut den Leakern sollte es nämlich so sein, dass Mary Gold, dass das Bundle wieder irgendwie im Shop sein soll, ja, es ist auch im Shop, es ist im Shop, yep, es ist im Shop, ich zeige euch das Ganze mal ganz kurz und zwar, zack, oder seht ihr das Ganze jetzt hier, nö, jetzt seht ihr das, also es ist ab jetzt von heute bis zum 12. Juni verfügbar, mit dem zweiten Stil, 1500 V-Bucks und mit dem Stil hier, finde ich cool, Ladebürgern, Spitzhage, Backpack auch dabei, sehr, sehr wildes Bundle, ansonsten im Shop, gerne, gerne mein CC benutzen, Kurs geht an der Stelle raus.